Hallo und herzlich willkommen zu einem Video der Mannekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Amtron Xtra oder Premium mittels LAN in ein Heimnetzwerk integrieren. Voraussetzung für die Vernetzung ist neben der Installation der Amtron eine Ethernet-Verbindung zwischen Amtron und Netzwerk der Liegenschaft. Es muss sich hierbei nicht um ein Crossover oder gekreuztes Netzwerkkabel handeln. Mannekes empfiehlt die Verwendung von geschirmten Netzwerkkabeln. Das Netzwerkkabel wird in den freien Ethernet-Port des HCC3-Controllers der Amtron gesteckt. Das andere Ende stecken Sie in einen freien Ethernet-Port des Netzwerks der Liegenschaft. Grundsätzlich ist somit die LAN-Verbindung der Amtron Xtra bzw. Premium und dem Heimnetzwerk aufgebaut. Die Amtron erhält über den DHCP-Server des Netzwerkrouters eine IP-Adresse. Diese IP-Adresse können Sie sich entweder im Webinterface der Amtron oder im Router des Netzwerks anzeigen lassen. Schauen wir uns diese mal im Webinterface der Amtron an. Verbinden Sie dazu Ihr Endgerät, also beispielsweise Ihren Laptop, mit der Amtron Xtra oder Premium und öffnen Sie das Webinterface. Als nächsten Schritt klicken Sie auf den Menüreiter User Settings und scrollen Sie zu dem Block Ethernet-Status. Hier wird Ihnen die aktuelle IP-Adresse der Amtron in dem Netzwerk angezeigt. Optional können Sie der Amtron Xtra oder Premium eine statische IP-Adresse vergeben. Bleiben Sie dazu in dem Menü User Settings und scrollen Sie zu dem Block Ethernet-Settings. Möchten Sie der Amtron eine statische IP-Adresse vergeben, setzen Sie zunächst den Haken bei Use static IP-Adress. Anschließend tragen Sie hier eine IP-Adresse sowie die Subnetz-Maske und das Gateway ein. Bitte beachten Sie, dass die IP-Adresse, die Sie hier eintragen, im gleichen Adressband des Heimnetzwerks liegen muss. Außerdem sollte diese IP-Adresse möglichst außerhalb des DHCP-Servers liegen. Speichern Sie die Einstellung mit einem Klick auf die Schaltfläche Submit Changes.